Ja, hol zusammen. Da sind wir wieder und heute geht es nochmal um mein Lieblingsthema. Heute geht es nochmal um Krabbenkutter. Die drei Freunde hier habe ich euch ja alle schon mal vorgestellt, kann ich in der Videobeschreibung auch gerne nochmal verlinken. Heute aber muss ich euch etwas Neues zeigen oder möchte ich euch gerne etwas Neues zeigen, denn ich habe mich nochmal rangesetzt. Wenn ihr euch erinnert oder beziehungsweise wenn ihr im letzten Video guckt, da habe ich mich darüber ein bisschen beklagt, wie die Netze aufgehangen sind. Dass mir das alles gar nicht so gut gefallen hat, weil ich die Netze zwischen dem schwarzen Roundbrick und dann den Bricks da drunter einfach so eingeklemmt habe. Was die Handhabe der Schiffe unglaublich kompliziert gemacht hat. Also ihr seid nicht rangekommen an die Masten, ohne das ganze Netz irgendwie dann runterzureißen. Und da habe ich gesagt, das kann so nicht bleiben, das muss besser. Und eine gute Idee. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich oder wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich hatte sie und dann war das so, ne? Zack, da ist sie und los. Und das sehen wir hier. Genau, wir nehmen uns jetzt mal einen der Kutter exemplarisch. Wir nehmen uns mal den Rot-Gelben, da haben wir eigentlich den schöneren Farbkontrast. Und ich zoome mal kurz rein. Genau, was wir jetzt also neu haben, also wir haben immer noch die, äh, wir haben immer noch die Roundbricks, die die Masten bilden. Jetzt aber haben wir hier oben drin die Plate Modified, die uns jetzt quasi als Haken dient. Daran befestigt zwei kurze Ketten. Und dann seht ihr hier schon, wie das Netz gemacht ist. Das ist eine 1x8er Plate mit einer 1x8er Tile. Und zwischen den beiden klemmt das Netz. Das Netz ist immer noch, genauso wie es auch davor schon war, ein Wäschenetz. Wäschenetz oder so ein Gemüsenetz könnte da, ich weiß es, ich habe zwischendurch mal gewechselt. Sowohl Gemüse als auch Wäschenetz ist beides in der Verlosung. Und das ist es geworden. Zu diesem Ergebnis sind wir hier gekommen und ich bin unglaublich glücklich darüber. Es sieht einfach nur gut aus. Dieses hier hat jetzt gerade ein bisschen, es hängt jetzt hier gerade so ein kleines bisschen doof. Man muss da manchmal so ein bisschen fein justieren. Die Physik ist ja nicht immer so, dein Freund. Aber hier sieht das dann sehr, sehr gut aus. Genau, hier unten seht ihr schon eine Neuerung, zu der ich gleich noch einmal komme. Und wir haben dann jetzt noch hier oben im Mast die Lichterführung für einen Fischgutter, der Netze hinter sich herzieht. Ein Schleppnetzfänger, die ist grün über weiß. Das haben wir jetzt also hier separat oben im Mast, damit das funktioniert. So und der Vorteil jetzt im Vergleich zu früher, wenn wir jetzt einfach mal beigehen und sagen, wir wollen die Netze oder die Masten mal zur Seite ausfahren, können wir hier ganz einfach aufmachen. Ich mache das jetzt mal etwas für die Einfachheit. Und dann gehen wir hierbei und können das machen. Klar, man müsste dann jetzt, die werden immer ein bisschen krumm dabei. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da bin ich noch nicht ganz fertig mit. Genau, also da müsste man dann jetzt hingehen und hier noch mal eine eigene Schnur spannen. Das habe ich auch gemacht. Habt ihr ja im Thumbnail gesehen. Aber für den einfachen Hafenbetrieb brauche ich das jetzt nicht. Es ist einfach einfacher. Ich kann mit den Schiffen einfach viel, viel besser im täglichen Umgang arbeiten. Weil es einfach besser ist so. Wenn sie kaputt gehen, sind nicht sofort die Netze wieder mit kaputt. Sondern das hängt alles gut voneinander. Ich kann die Netze auch mal abnehmen. Für einen Transport zum Beispiel. Das ist einfach viel, viel einfacher alles. Einfach gut. So, dann bauen wir den Kollegen mal kurz wieder zusammen. Genau, damit haben wir ihn wieder fertig. Also wie gesagt, hier auch im Vergleich zum Schwarz-Weißen. Alles exakt gleich umgesetzt. Beim Schwarz-Weißen muss man sagen, sind mir die Netze vom Schnitt her, ich habe die mit einer Schere ausgeschnitten, ein bisschen besser gelungen. Das sieht an sich etwas schöner aus. Ich mag aber den Rot-Gelb-Blauen lieber. Einfach weil, wegen ein bisschen bunter, ein bisschen mehr Farbe im Leben. Jetzt haben wir aber noch den Touristenkutter. Den kennt ihr ja schon, die Pummel-Einhorn. Der hat natürlich das alles ein bisschen anders. Der hat nämlich nur ein einziges Netz. Und das ist dieses hier zum Schaufischen. Das ist dann auch nur auf einer Vierer. Also einmal Vierer-Fliese und Platte drauf, respektive wollte ich sagen. Und hängt dann so darunter. Das ist auch nur eine Lage. Ihr könnt hier hinten noch sehen, das ist quasi doppellagig. Weil, die originalen Krabbenkutter haben ja auch. Die haben ja einmal ein Schutznetz und dann darunter das eigentliche Fangnetz. Und hier ist es aber eben nur ein Schaufischen. Und da braucht man das dann nicht. Hier hat man das Ganze in einer wesentlich einfacheren Ausführung. Und hier könnt ihr das mit der einfacheren Handhabung eigentlich noch viel besser sehen. Weil hier, bei dem ist es ja durchaus doch realistisch, dass man es mal braucht. Genau, auch da hat die Lichterführung oben das Einzige, was hier bei ihm anders ist, seht ihr hier. Oder nicht anders, ist es falsch. Was ich euch hier aber besser zeigen kann als bei den anderen, ist hier. Das ist nämlich auch noch neu. Das ist das sogenannte Stundenglas. Stundenglas, Stundenglas in der Umgangssprache, in der nautischen Umgangssprache. Das ist das Tagfahrsymbol für Schleppnetz oder generell für Fischer. Bei Lichterführung wird unterschieden zwischen Schleppnetzfischer und Nicht-Schleppnetzfischer. Bei den Tagssignalen wird nicht unterschieden, also beides ist das gleiche. Das sind eigentlich gemäß Kollisionsverhütungsregeln zwei Kegel, die quasi aufeinander zuzeigen. Also quasi einfach nur zwei Dreiecke. Letztlich aus Lego dann so natürlich nicht realisieren. Dafür habe ich mich eben dafür entschieden, das mit Cones zu lösen. Die gleiche Lösung habe ich auch schon auf meinem anderen Krabbenkutter, den ich euch ja auch schon gezeigt habe. Der, der wirklich immer in Action ist, der größere. Bei dem habe ich das auch schon. Und bei denen wollte ich das jetzt gerne nachrüsten. Und für die Location habe ich mich halt so ein bisschen überlegt, wo kann ich damit hin. Und habe mich dann jetzt eben entschlossen, da mit hinten hier auf den Baum zu gehen. Ganz einfach, weil der da gut zur Geltung kommt und auch gut reinpasst. Ich wollte ihn sonst erst hier unten hinhaben, das hatte mir aber nicht so gut gefallen. Und oben auf dem Dach hätte mir auch nicht gepasst. Da ist gut. Wenn wir uns jetzt nochmal einen von den anderen hier herholen. Genau, könnt ihr den hier am Rand sehen. Und da ist er nach unten eingeklappt. Das hat die ganz einfache Funktion, dass wenn du nicht fischst, dann sollst du das Ding nicht gesetzt haben. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich jetzt als anderes Fahrzeug muss ja auf den ersten Blick erkennen können, ob du eben gerade fischst oder nicht. Weil daran, ähm, oder davon hängt ab, wie ich an dir vorbeifahren kann. So, muss ich, wenn du ein Schleppnetz hinter dir hast, muss ich ja locker ein bis zwei nautische Malen Abstand halten, damit ich über das Netz nicht rüberfahre. Ne, deswegen, das muss man wissen. Und deswegen soll man die Tagssignale eigentlich auch entfernen. Genauso wie man die Lichter auch ausmacht. Und dann funktioniert das. Leider muss man in der angewandten Praxis sagen, dass ganz viele Fischer sich diesen Arbeitsschritt sparen. Die lassen das Stundenglas einfach hängen. Entschuldigt. Ich sag mal so, bei manchen Fischern kann ich das verstehen, weil die da wirklich aufgrund der Bauweise ihres Kutters irgendwelche abenteuerlichen Konstruktionen haben, damit die überhaupt sowas hängen haben. Da ist das für mich dann auch, wo ich sage, okay, ich kann es nachvollziehen. Gibt aber auch welche, die sind da einfach nur faul. Und das ist dann für mich als Nichtfischer, der aber auch mit den Tagssignalen arbeiten muss, finde ich das immer doof. Das dazu. Das war es auch schon. Ein bisschen kürzer heute. Aber reicht ja auch. Meine Updates zu meinen Krabbenkuttern. Ich hoffe sehr, die Lösung gefällt euch. Mir persönlich gefällt sie ausgesprochen gut. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. In diesem Sinne. Das ist das Erste. Es kommen noch zwei weitere Videos in den nächsten Sonntagen. Und dann bin ich hoffentlich auf sie. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.